Sonics Seducer, Plage Noir 2023. Und eine große Freude, ich habe den Thilo Wolf hier bei mir von Lucky Mosa. Schön dich kennenzulernen. Ebenso, ich habe ja gar nicht gewusst, wer mich heute interviewt. Für mich ist es auch eine Ehre, wirklich, weil ich höre deine Musik. Großartige Bernd. Ja, vielen Dank. Wir hatten vorhin schon kurz gesprochen und da habe ich gedacht, oh, da hatte ich kurz weiche Knie, muss ich sagen. Das ist mir eine sehr große Ehre. Und jetzt machst du mich verlegen, ich muss dich noch ein bisschen was fragen. Weil es geht ja um dich, nicht um mich. Ich habe gesehen, ihr spielt am 10.06. ein großes Open Air in Glachau auf der legendären Parkbühne. Wie bereitest du dich denn auf eine Show vor? Hast du bestimmte Rituale und bestimmten Ablauf, den du durchgehst vor einer Show? Eigentlich nicht. Also vor allem mit Glaucher habe ich mich jetzt noch, ehrlich gesagt, wenig beschäftigt, weil wir jetzt eben heute hier das Flasche Noir haben. Danach sind wir noch für zwei Konzerte in Spanien. Und ich baue eigentlich die Konzerte in meinen Alltag mehr oder weniger mit ein, weil so ist es auch mit dem Komponieren. Ich sitze mal im Büro an meinem Schreibtisch und da kommt mir eine Idee und dann gehe ich rüber ins Studio und mache Musik. Und so ist eigentlich die Musik immer ein Bestandteil dessen, was ich gerade tue. Und ein Konzert, da kommt dann mal eine Idee. Ach, da könnten wir eigentlich das spielen und so. Dann schreibe ich mir das irgendwie auf und so. Entwickelt sich das dann langsam. Aber es gibt nicht so den Moment, dass ich sage so, jetzt mache ich die Planung, jetzt gucke ich mir an, wie das läuft. Das führt dazu, dass manche Sachen ein bisschen spontan sind. Aber das ist halt bei Lackimosa immer so, dass ich wenig, so wenig wie möglich ich versuche zu planen. Also wenig Kopf und so viel Herzgefühl wie möglich. Das führt manchmal dazu, dass Dinge dann nicht so ganz funktionieren, wie das vielleicht bei anderen Bands professionell wäre. Aber dafür passt es für mich besser. Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn das dann spontan passiert, dann ist es, wie du schon sagst, dann ist es aus der Seele, aus dem Herzen. Ja, und das ist sehr schön. Ja, das sehe ich ganz genauso. Genau, heute Plage Noir und nächste Woche, am 5. und 6. geht es nach langer Zeit wieder nach Spanien für euch. Ja, endlich mal wieder. Seid ihr aufgeregt? Freut ihr euch wieder in Spanien spielen zu können? Oder in Spanien zu spielen? Auf jeden Fall. Also ich freue mich riesig, weil ich finde es immer spannend, erstens mal überhaupt wirklich auf die Bühne zu gehen, weil dadurch, dass, wie ich gerade eben gesagt habe, die Musik so ein großer Bestandteil meines Alltags ist, ist das für mich immer ein Wunder, dass dann, dass wenn ich irgendwo auf die Bühne gehe, dass da Menschen kommen. Das klingt jetzt vielleicht wirklich blöd, aber es ist tatsächlich so, weil, weil das gibt, ja, das ist halt einfach für mich so dieses, ich mache Musik und jetzt plötzlich sind da Leute dabei, wenn ich Musik mache. Und das ist irgendwie speziell. Also von dem her freue ich mich riesig, dass wir nach Spanien gehen können jetzt wieder. Und das ist eben der zweite Grund, mit deutschsprachiger Musik in Länder, in denen die deutsche Sprache nicht die Hauptsprache ist. Das ist dann noch zusätzlich sehr spannend immer und sehr schön. Ja, das ist, das kann ich mir vorstellen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Dankeschön. Leidenschaft Part 2 kam ja letztes Jahr. Schreibst du denn wieder an neuen Sachen oder bist du konstant am Schreiben immer mal? Hast du da auch, beziehungsweise wie sieht ein Studiotag bei dir aus? Hast du da auch Rituale bzw. wie beginnt so ein Tag bei dir im Studio? In dem Musikzimmer? Ja, es ist effektiv seit einigen Jahren nicht mehr, dass ich ins Studio gehe. Das war früher so. In den ersten Jahren natürlich, dass man dann ein Studio gebucht hat und dann, ja. Sondern der Vorteil ist wirklich der, dass ich permanent am Komponieren und auch am Aufnehmen bin. Also wenn mir irgendeine Idee kommt, dann schnappe ich mir die Gitarre und nehme es auf. Und wenn ich dann zwei Wochen später, wenn ich wieder Zeit habe, weiterzuarbeiten und ich höre es mir an, es gefällt mir nicht mehr, dann ist es wieder weg. Das macht die ganze Sache sehr intuitiv. Und eben, und dadurch ist, und das finde ich ganz wichtig, ist das Musikmachen wirklich ein Teil des Alltags geworden. Ich hatte jahrelang, haben wir, sind wir dann auch in eine andere Stadt gefahren, in größere Studios und so weiter. Und dann bist du dort in der Stadt, hängst da drum. Wenn der Tag im Studio nicht kreativ ist, du weißt noch, okay, du hast es noch zwei Wochen, dann musst du wieder raus sein. Das ist nervig. Und dann ist im Prinzip, weil die Musik ist ja, man hat es ja eigentlich schon in sich fertig und man muss es ja nur noch reproduzieren. Dieser Reproduktionsprozess, der zerstört dann auch oftmals ein bisschen was. Und deswegen, also bin ich sehr froh, dass ich das so machen kann. Und dann eben, wie gesagt, gibt es eigentlich keine großen Rituale, sondern einfach, ich setze mich hin und fange an. Und was dann passiert ist, halt, ich vergesse immer zu essen und so oder auf die Uhr zu gucken. Und irgendwann merke ich, oh Mist, nur noch irgendwie fünf Stunden Schlaf und ich habe noch vergessen zu essen und so. Sowas passiert dann halt. Ich bin voll bei dir. Ich kenne das bestens. Fluch und Segen. Aber es gibt ja wirklich Leute, die halt wirklich sich hinsetzen und sagen, okay, ich schreibe jetzt einen Song. Also wirklich. Aber das ist halt so, man braucht ja auch Inspiration beziehungsweise irgendeine kleine Geschichte aus dem Alltag oder sowas. Genau. Wie ist das bei dir? Was inspiriert dich denn so? Wie du gesagt hast, tatsächlich der Alltag. Dinge, die passieren, Menschen, die ich treffe, Gespräche, die man führt, Nachrichten, all das fließt da mit ein und vermengt sich im Prinzip so mit dem Cocktail dessen, was man in sich trägt. Und das führt dann zu einer Inspiration. Ja, ja, bin ich nach wie vor immer noch voll bei dir. Liest du gerne Bücher? Ich würde gerne mehr lesen, aber da ich eine gewisse Leseschwäche habe, was übrigens dazu geführt hat, dass ich überhaupt Musik gemacht habe. Wenn ich keine Leseschwäche hätte, hätte ich wahrscheinlich nie angefangen, Texte zu schreiben. Ich hatte ja dann keine Chance, die Texte groß vorzulesen, weil ich nicht so gut eben lesen kann. Und dann habe ich gefunden, ich nehme das auf. Ich nehme es einfach auf eine Kassette auf. Und dann kann ich das der entsprechende Dame dann vorspielen. Und so ist das eigentlich ganz ursprünglich mal entstanden. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich würde gerne mehr lesen. Ich lese, aber es dauert halt sehr lange. Also Herr der Ringe, ich habe alle drei Bücher gelesen, aber ich habe fünf Jahre gebraucht. Ja, ich mache das teilweise so, dass ich, wenn ich das Buch mir hole und aber auch das Hörbuch, aber eine Originalfassung und dann da, wo ich nicht weiterkomme oder irgendwie sowas, dann fange ich beim Hörbuch immer an. Das ist echt clever. Ich kann dir da einen Tipp geben. Es gibt der Sohn von Stephen King, der heißt Joe Hill und der hat ein Buch, das heißt im Deutschen ist blind und im Englischen ist The Hard Check Box. Und es geht um einen Musiker, so eine Mischung aus James Hetfield und Ozzy Osbourne, der im Internet einen Geist ersteigert, der sammelt so Kuriositäten. Und das geht immer weiter, immer weiter. Und das ist ein, das empfehle ich dir. Blind in der deutschen war so ein großartiges Buch. Ja, sehr gerne. Ja, wir kommen schon zur letzten Frage. Die große Frage ist, ich mache immer gerne zum Schluss eine Entweder-Oder-Frage und die Frage für dich wäre, trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Kaffee, 100 Prozent Kaffee. Also absolut. Ich habe eine kleine Geschichte zum Tee, weil bevor ich Musik gemacht habe, hatte ich so ein Musikfernsein gemacht mit einem Freund und wir haben uns immer in eine Teehaus getroffen, habe ich immer Vanille, ich liebe Vanille, ich habe Vanilletee getrunken. Das war toll, das war eine super Zeit und immer wenn ich diesen Vanilletee rieche, denke ich an diese Zeit zurück. Aber Kaffee ist es jetzt geworden. Ja, Kaffee, bin ich auch voll bei dir und ich bin hängen geblieben auf dem weißen Schokoladesirup. Ui, 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 das klingt böse. Der ist total geil, aber ich komme nicht mehr. Ja, ich kann nicht, ich komme anywhere. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit vor der Show. Es war mir eine große Ehre, eine große Freude und ja, ganz viel Spaß und eine fantastische Zeit. Dankeschön. Vielen Dank, Thilo Wolf. Lacrimosa. Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020